Musik Im Essener Ruhrturm befindet sich eine von 23 Filialen der Bistro S-Art GmbH. Im öffentlichen Business-Restaurant erwartet sie gehobene Gastlichkeit im betrieblichen Umfeld, von der täglichen Mahlzeit bis zum besonderen Fest. Im Restaurant S-Art wird Wert auf Frische gelegt, frische Zutaten aus der Region, frische Zubereitung und immer wieder frische Ideen. Die Köche wurden in der Sterne-Gastronomie und zum Teil von internationalen Kochikonen ausgebildet. Durch den ausgewogenen Speiseplan findet jedermann etwas nach seinem Geschmack und geht motivierter durch den Arbeitstag. Ob Tagung oder rauschendes Fest, das Restaurant S-Art bietet für jedes Event individuelle Arrangements auf Drei-Sterne-Niveau. In enger Zusammenarbeit mit den Küchenchefs und seiner kompetenten Mannschaft werden die Wünsche der Kunden besprochen und stets individuell umgesetzt. Sei es ein gesetztes Gala-Dinner, ein Flying-Buffet oder auch nur Fingerfood zu einem Empfang. Die Auswahl an Möglichkeiten und vor allem die Umsetzung in Verbindung mit einem perfekt geschulten Serviceteam zeichnen das Restaurant S-Art aus. Über gutes Essen kann man viel sprechen, aber um seine Qualität wirklich zu begreifen, muss man es erlebt und geschmeckt haben. Über 15.000 Menschen tun genau das jeden Tag in den 23 Filialen für viele namhafte Organisationen, die auf das Bistro S-Art als Partner für ihre Gastronomie setzen. Von Salatvariationen bis zum Viergänge-Menü. Die Gäste wählen à la carte aus einem erlesenen Repertoire der Küchenkunst, das mit jedem Sterne-Restaurant mithalten kann. Ständige Weiterentwicklung und Freude am kreativen Arbeiten im Team sind die Basis für ein Speisenangebot aller bester Qualität. Saisonale Spezialitäten aus der Region und internationale Gerichte sorgen für Abwechslung auf der Speisekarte. Ein aufmerksamer Service, geschmackvoll angerichtete Speisen und eine große Auswahl erlesener Weine runden ein gelungenes Abendessen in einem stilvollen Ambiente ab. Feine Fisch- und Fleischgerichte werden genauso angeboten wie vegetarische und vegane Speisen. Nach dem Essen kehren die Gäste gerne in die großzügig gestaltete Ruhr-Lounge ein. An der einladenden Bar und in den gemütlichen Sitzecken kann man das Geschäftsessen oder das private Dinner ausklingen lassen. Sehr beliebt sind die vielfältigen Longdrinks, aber auch Kaffeespezialitäten werden angeboten. Ein besonderer Service? Fußballfans können hier alle Spiele auf Sky verfolgen. Das Restaurant S-Art im Ruhrturm bietet ein maßgeschneidertes Gastronomie-Konzept aus einem Guss an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.